So, Willkommen zurück. Es gibt wieder Neues zu sehen. Zum Beispiel die Tür, die ich jetzt öffne. Und die Zunge gehe ich hier rein. Meiner geht es überhaupt nicht gut. Also... Bis jetzt gibt es hier nur Nachteile. Das gefällt mir nicht. Muni! Muni! Das ist nicht mehr Geld. Nochmal Geld. Ich habe reich, ohne Munition. Er legt hier noch was. Er legt die Wolke. Aber weder irgendwo einen Shop, wo ich mir was holen kann. Okay. Ah, hier ist ein Shop. Sorry. Ah, es gibt neue Sachen. Egal, Alter. Ach, es ist 9000, es ist 11000. Nimm mal. 2000. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Ach. Was ist das? Plasma-Break-Stick-Arm Ah, kann ich das da etwa Vergrößt, Verstärkern? Aha Ah, die Luz brauche ich genau dafür Ja, das ist irgendwie richtig cool Okay Hier kannst du dann jetzt mal Ah, ich kann mehr Munition drauf haben Das gefällt mir Okay Komischer Raum für mich Hä, ich hab doch auf den geschossen Oh, ich hab doch auf den geschossen Nicht auf dich Toll Ich bin mal wieder ganz schlau Ich benutze das So Oh, ich hab mich nicht auf den Weg Ah, ein Speicherpunkt. Speichern wir mal. So, und jetzt gibt es dann mal direkt one. Einfach nur Fisch, Alter. Alles Mensch! Hallo! Ciao! Du Monster! Du Monster! Du Monster! Irgendjemand ist ein Knochen gehört. Oh nein! Was für immer da? Was für immer? Oh nein! Oh nein! Was für immer da? Was für immer da? Die haben wie ne Masse versammelt. Uah! Gott! Was zappelt die so? Ah, so klar. Ist das okay? Okay. Okay, er ist dort. Man kann ja nie sicher sein. Hi! Guck mal hinter dir! Guck mal hinter dir! Oh, wie hast du mich erkannt? Was gibt's wenn wir die... ...machen irgendwie gerade mit mir ein One-Hit oder was? Gefällt mir irgendwie gar nicht. Dass sie so stark sind und nicht so... Was ist der erste... Was? Ey, das ist ne beschörerte Stellung wieder. Was? 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 Was ist das? Der schlägt mich einfach und ich bin tot. Was ist das? Aufrasterkrieg! Ich glaube, der ist tot. Der auch. Können wir weiterrecken? Das gibt's aber irgendwie nicht. Auf den hätte ich gerne verzichten können. Was ist das? Das sind jenipierens. Jetzt lass den Scheiß! Okay, du bist tot. Ja, du kriegst den Kumpel auch nicht. Ich find das unnötig. Ohne Wimps jetzt! Jetzt kommt aber immer noch was der andere. Oh, der ist aber eng da drin. Ich will gar nicht wissen, wie er da reingekommen ist. Ohne Wimps! 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 So habe ich mir das schon gedacht. Da! Ich habe mich nicht gefühlt, das ist der letzte. Da! Ich habe mich nicht gefühlt. Okay. Ja, nicht der! Wow! Blödi die Position zum Stehen. Okay. Eine total bescheuerte Position. Wow! Blöde Leiche. Okay, hier beende ich das LP mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!